so wir sind also wieder auf dem planeten erde mit unserer neuen waffe dem dillo gewehr so funktioniert hat alle gesehen ja gut was ist denn unsere nächste quest wollte ich sagen wir haben drei verfügbare aufwertung machen wir davon etwas nein noch nicht was hier nächste stufe schaden aller treffer durch blitzkraft so atem ist schaden bei feinden direkt über und unter bewirkt verringerte verteidigung bei dem ziel und deinem feind ich weiß nicht ich nehme einfach das so ja den letzten spar ich mir wie immer so hier haben wir auch noch ein nötige brutalität bewegt mehr schaden bei betonten zielen nein möchte ich nicht zweiter wind wieder bedingungs dränke die du auf dich oder deinen begleiter anwendest bringen deine empfänger jetzt die volle das wäre natürlich okay kriegsfuß deine magischen angriff und nahe und distanz wird zusätzlichen schaden stattdessen gegen angriff mit einem arsch mit deinem arsch erfordert mana aber wirkt mehr schaden als ein gegen angriff mit waffen schmutziger kampf ich muss mir das durchlesen bewirkt zusätzlichen schaden bei feinden die angewidert sind nervnahrung nein extra schlag dann angriff in jedem kampf wird zusätzlichen schaden also mein erster auf dich angewendete die babs halten eine runde weniger als normal wachstum dann maximale gesundheit schützt meine eier trauernde scharfschütze das nimm ich jetzt erstmal gut magie alles klar nächste quest der schweinebeermann mr slavis paket vulkania in der nähe suche im gebiet um die kirche nach kevins ipad oder hinten haben wir noch was anderes probieren die schweinebeermann ist auch jetzt quatsch das können wir nicht immer machen wenn wir in der nähe sind steckspiel das machen wir auch so das passiert auch so irgendwie nebenbei mal wir gehen zumindest der sklave das paket holen das ist um die ecke entschuldigung kurz ich habe noch ein bisschen schnupfen und ich dachte gerade ich muss niesen verdammt ich hasse schnupfen gut gehen wir mal los vorher muss ja noch eine kleinigkeit erledigen mein morgendliches geschäft was das ist dringend notwendig schließlich brauchen wir es als waffe so gut getan so halt damit nur das was zum aufräumen hat man die ist schon weg mir räumt sich alles von alleine auf die ist gefährlich die wappen so frühstück fest ich gehe mal kurz in die küche ob meine älter zuhause sind ob jemand zum frühstück gemacht haben guten morgen guten morgen guten morgen guten morgen schuhe hat für ein paar jahre zu verabschieden geht es auf die neus ach nö ich versuche mal was anderes doch doch wollte ein bisschen tief erzählen eigentlich so nah an eine auszeit wirklich das ist doch der alte ok ok ist ja gut wo ist mein frühstück ich will was zu essen ich schieße alles kurz und klein ich hab ok schluss Mr. Slaus-Paket. Ja, hat man. Doch, das Raumschiff, ich weiß. Müsst du auch mal angucken gehen. Ich weiß nicht, dass die Tarko-Belle ist. Es ist schrecklich. Du verstehst du. Die Elves... Sie haben den Stich genommen. Und das ist schrecklich, denn das ist total schrecklich. Wir haben gesagt, dass es nicht die Stich genommen hat. Die Elves sind schrecklich, und wir müssen ihre ganze Zeit legen. Du hast eine unglaubliche Möglichkeit, schnell, Herr Douchepack. Ich sende Sie auf eine Reise zu gehen, und eine andere Faktion zu Coop-A-Keep. Find die Gothe-Kids, und gib ihnen das Letter. Get sie in unsere Kingdom, und wir werden die Drow-Elves eins und für alle. Scheiße. Finde neue Verbündete. Die Gothe-Kids. Okay, machen wir. Aber erst hole ich das Paket. Dann gucken wir uns mal das abgeschützte Raumschiff an. Oh, 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 oh. Was? Was ist los mit dir? Moment. Den haben wir pulverisiert. Verbündet dich mit den Gothe-Kids? Ja, ich weiß. Mach ich doch ein Hangleuch. Erstmal... Erstmal... Hier lang. Da ist es. Oh, ich ahne gleich ein schlimmes Moment. Zum Tag. Warte. Braucht das Geld. Wo sind die Posts hier? Hier ist zugeschlossen. Hier ist ein Post. Kann ich den Stein kaputt schießen? Nein. Aber ich kann ihn kaputt schlagen. Dann komme ich hier an diese Kiste. Cool. Halt. Ja damit. Was macht die da oben eigentlich? Was macht die da oben eigentlich? Ich hab mich hier nicht ablenken lassen von allem möglichen. Ähm, hallo? Ich würde gerne sprechen, aber du bist nicht populär. Oh, tut mir leid. Bin ich jetzt beliebt? Jetzt! 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 Nimm meine Freundschaftsanfrage an! Nimm sie an! Nimm meine Freundschaftsanfrage an! Nimm meine Freundschaftsanfrage an! Guten Tag. Ich möchte ein Paket abholen. Feierabend. Hä? Hast du Christ in deinem Herz akzeptiert? Die Kirche South Park sind zwei Block davon. So, geht doch. Was da wohl drin ist? Was da wohl drin ist? Was da wohl drin ist? Ja, ah, ein Schlimmes. Nicht schon wieder da lang. Da komme ich auch raus. Okay. So, was können wir denn mit der Sklave zurückbringen? Und? Ich würde auch gerne hier unten rein, in die Dings. Oh! Was ist das hier? Kommen wir nicht rein. 50 Cent, geil. Tom's Trinoplastie. Hier gehen wir auch kurz rein. Können wir wissen, was es ist. Kostüme sind echt nur rein im Modal. Ist das wahrs? Ah! Ah! David Tessler. Es sagte etwas wie... Hodi Hau. Hodi Hau? Aus der Kanalisation? Ja, keine Ahnung. David Tessler. Das ist total geil. Nein, Droid. Oh, hallo! Sind Sie interessiert in Rhinoplastie? Hier ist ein Bücher mit allen Dr. Toms Rates. Eingriff aus wie... Hä? Das kann ich ja nicht machen. Nasale desensibilisiere, wenn sich Pollenallergie zu einem Häufchen Elend werden lassen. Ist das das Richtige für dich? Brücke und Tipp. Für Nasen, die ziemlich gut sind. Aber aus gewissen Blickwinkeln einfach scheiße aussehen. 125... Ach, 45 war schon gut. Für Nasen, die man besten von Grund auf 9 machen lässt. Der Hesselhoff. Der Hesselhoff. Hörst du aus wie The Hau? Weil du wirst nicht schwimmen oder singen können wie The Hau. Ich könnte mich tot lachen. Verbrauchstgüter, Verkaufen Ne, Verkaufen tut mir erstmal gar nichts Ich will machen, oder, oder, oder? Wir machen später mal The Hoff Wann 175 aus hat das gekauft Später haben wir ja bestimmt auch mehr Geld Und dann geht ab Gut, das passt denn hier, glaube ich auch schon Wo ist Kid? Ich werde dich sehen, neue Kind Auf Facebook Ich hoffe, du posten viele Katzen Ich wusste es, ja Alien-Sonde Interessant Jetzt können wir uns hier auch teleportieren Okay, Kampagnenhandschuhe Knappenhandschuhe Kampagnenhandschuhe Lesen sie denn hier schon wieder In die Bahn können wir hier auch mal reingehen Objekte in der Umgebung, die schwimmen oder glitzern können Durch Beschuss zerstört werden Guten Tag Hände hoch Das ist ein Überfall Hände hoch Überfall Gibt das Geld her Halt Willkommen zu der Bank von South Park Würdest du heute mit uns investieren? Ähm Wir versuchen es mal Wie er lacht Halt, ich sehe etwas Was ist das hier? Wem ist das? Ah Ein Kind Ich hätte dich fast übersehen Muss ich zugeben Jetzt hau ab hier Bezieh dich Vier von sechs Zwei Stück sind noch So Und die Bahnbahn war also auch Da geht es nicht rein Wird es Ah Moment Da oben stehen verkackte Elfen Kann ich sie unter Beschuss nehmen Einfach nur so Hihihihi Hihihihi Ah Soll ich gehen die Kämpfen? Ne, jetzt, ne ich später Hey, Big No Findet mir eine Freundin Wo Vortrag Ja, machen wir So Da war nichts drin, oder? Machtdrank, Heiltrank Hihihihi Hast du jemanden auszusehen Ich habe jemanden verabschiedet? Nein, aus So alt bin ich noch nicht Hast du auszusehen jemanden geschwängelt? Ach, wer mit dem auch reden? Nein Ah, verdammt die Elfen Ich habe die Elfen gerade gar nicht gesehen Hast du Zeit, wie sie im Kampf Ja, passt jetzt schon Hihihihi So Wir benutzen mal unser neues Stillo-Gewehr Naja, naja Ich habe gerade bloß ein Meer von der Huft So Ich denke, hier haben wir auch bloß noch eine Okay, den will ich dann jetzt hier nicht verschwenden Gut, dann lass ich das Ähm, Fähigkeiten haben, wo was neu ist, ne? Ah, ihr Einhorn 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 anstürmen Kenny rettet auf einem magischen Einhorn und trampelt eine Reihe von Feinden Natürlich machen wir das Drücke die Anzeige-Taste Das letzte Einhorn Für da Schön, dass er das Meinst du so wirklich? Ich glaube, das war es denn für dich Gut, das mit Kenny müssen wir auch mal gesehen haben, wie er stirbt. Habt ihr gehört? Taco Bell ist in South Park gekommen. Wir haben es endlich geschafft. Hey, du bist ziemlich gut geschaut, Kind. Habt ihr gedacht, über Modellung? Ja, ja, öfter schon. Ah, geil! Da Mysterion. Oh, Entschuldigung. Cartman als Papst. Da unten ist Cartman noch beim Videospiel. Neue Nachricht vom Polizist Bob Brady. Musik ist geil. Ist hier noch irgendwas? Nö, ne? Also ich sehe grad nichts mehr. Okay, wir müssen, äh, müssen wir nicht, aber ich will da hin. Folge mir Prinzessin, Kenny! Ich habe mir so einen Taco Bell. Aha, wir sind da, wir sind da. Wir sind da. Das ist die große Öffnung von einem neuen Taco Bell. New Taco Bell öffnen bald. Sehr große Taco Bell. Es wird öffnen in ein paar Wochen. Danke. Will dieses Taco Bell be serviert in Chiritos? Was? Will es ein Full-Menu Taco Bell, oder wird es ein Taco Bell-KFC-Kombos? Wir haben hier ein paar Fragen. Wir haben hier ein paar Fragen. Aber er will wissen, ob die Taco Bell hat in Chiritos oder nicht. Wir haben hier eine Kontingenz für das. Michael, isolieren und neutralieren die Gefahr. Ja, Herr. Es ist eine einfache Frage. Wenn es eine große Taco Bell sein wird, wird es in Chiritos geben? Ich glaube, wir haben ein Recht zu wissen. Mark? Wir wissen, dass ihr alle sehr gefühlt sind. Aber für eure Aufmerksamkeit, wir bitten, dass ihr zu sein, von der Konstruktionseite entfernt habt. Mark? Der ist schon irgendwie ganz schön hart, dass der hier so liegt. Ich klaue ihm auch noch sein letztes Geld. Das ist toll, irgendwie. Was passiert, ob ich die anschieß eigentlich? Gar nichts. Die sind immun gegen meine Strahlenwaffen. Kann ich mich irgendwo reinschleichen? Scheinbar nicht. Gut, guck mal, wo... Ach, Quatsch. Ich guck mal, wo... Ja, ist schön. Ähm... Ich guck mal, wo... Wo... Mr. Sklave wohnt. Ich weiß gar nicht, wo da wohnt. Was ist denn hier oben? Das Schweinebeermann. Wo wohnt der denn? Ach so, der hat nur die Quest hier gerade wieder rausgenommen. Gut, das hat irgendwo ein Schnellreisepunkt. Mensch, schau doch mal auf. Nein, warum... Gut, dann laufe ich jetzt zum... Der war ja gleich hier vorne in den nächsten Schnellreisepunkt, ne? Doch, ne? Ich teleportiere mich mal hier unten hin, dann kann ich gleich das mit dem Schweinebeermann machen und dann laufe ich hoch zu ihm. Das ist eine Idee. Die Frage ist nur... Wo ist das hier mit dem Schweinebeermann? Ist das vielleicht da oben? Komm, ich... Doch, da kam ich doch auch rauf, oder nicht? Ich bin mir da gerade nicht mehr so sicher. Oh! Wie? Candys blutige Keule. Na ja, toll, Level 2. So... Oh, oh, ich verrägte einen, kommen wir nicht mehr runter, aber, äh, Kommt das noch mit jemand? Das ist ja von den Pennern noch, Tatsache, so, So, das haben wir auch erledigt, dann lauf ich jetzt, ähm, AAH, verdammte Elfenpenner, komm zur Nähe, Ich kann leider nur mal Kennys neue Taktik ausprobieren. Ach, Quatsch, Moment. Sieht ganz schön gefährlich aus. Ach, nochmal. Okay, wenn Kenny nicht stirbt, sieht das, äh, wesentlich brutaler aus. Schnappen ihn uns. Ja, die sind schon fast so einfach jetzt. Ich muss wieder sein Schneemachstück machen. Ist beeindruckt von mir, sagt er. Gut, ähm, hm, 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 hm. Ich will hier grad wohl lang. Bin ich auf dem richtigen Weg? Nein, bin ich nicht, ich hätte rechts lang müssen. Hallo, Mrs. Sklave. Ich habe ein Paket für Sie. Hä? Jetzt hast du Zugriff auf einen Beschwörungsgegenstand. Beschwörungen sind mächtige Fähigkeiten, mit denen du all deinen Feind im Kampf ausschalst. Ich kann jetzt Mr. Sklave rufen? Im Kampf kann ich Mr. Sklave rufen? Was macht er denn? Ich glaube, ich möchte es gar nicht wissen. Gut, hätten wir das... Ach, wieso drücke ich immer darauf? Hätten wir das auch abgehakt? Da wir schon hier sind, glaube ich gleich mal hoch. War ich da schon drin? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, ne? Zugeschlossen. Oh, you want some of this?